Hallo, ich bin Elias von E-Trading. Heute zeige ich euch ein paar Dehnungs- und Mobilisationsübungen, die ihr zu Hause im Homeoffice oder auf der Arbeit im Büro auf dem Stuhl sitzend machen könnt. So, wir fangen einmal an. Dehn die Brust, dafür strecken wir die Arme zur Seite, ziehen sie so stark es geht nach hinten und machen kleine wippende Bewegung nach vorne und nach hinten. Dann die zweite Übung, wir schauen einmal zur Seite und lassen den Kopf nach rechts und nach links runter. Und als letzte Übung strecken wir einmal die Hand aus bzw. den Arm und ziehen die Finger Richtung Oberkörper. Das Ganze macht ihr jeweils 45 Sekunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte teilen, like und kommentieren. Euer E-Trading Team.